Hallo und herzlich willkommen im Wald. Man sieht zwar größtenteils nur meine Hose, aber ich bin trotzdem im Wald. Lauscht mal auf den Hintergrundgeräusche. Ihr hört nicht meine Heizung, ihr hört den Wald, von dem ihr nicht viel hört, weil Winter ist, deshalb keine Vögel und so. Aber, was ich kurz beitragen wollte zum Thema Schnur, sind die zwei Knoten bzw. Wickeltechniken, die ich persönlich im Umgang mit Schnur für wirklich, wirklich, wirklich wichtig halte. Ja, natürlich gibt es noch einen ganzen Haufen andere schöne Knoten, die man früher oder später mal lernen sollte. Wenn man aber so wie ich ein Knotenmuffel ist und eher faul im Knotenlernen, also ich habe inzwischen auch noch ein paar mehr drauf, dankenswerterweise, habt ihr mal so ein kleines Knotenknüpf-Lern-Set geschenkt bekommen, vorsichtig ausgedrückt. Seitdem kann ich ein paar mehr. Aber trotzdem, die zwei Dinger, die man meiner Meinung nach wirklich unbedingt beherrschen sollte, für draußen, so wie ich, was ich draußen immer so brauche, das sind einmal der Knoten, der einem ermöglicht, so ein schönes Schnurbündelchen hier zu produzieren, bzw. was heißt der Knoten? Die Wickeltechnik ist total simpel. Und dann der Top-Segel-Shortsteak, den zeige ich euch dann auch gleich. So, das Schöne bei dieser Wickeltechnik ist jetzt, dass man hier diese abstehende Schnur hat. Und wenn man das hier jetzt so hebt und da dran zieht, zack, 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 dann kann man das einfach ganz einfach quasi aufziehen. Es gibt auf jeden Fall gar keine Knoten. Das sieht man jetzt nicht, weil ich zu weit reingezoomt habe. Und wir haben die ganze Schnur quasi sofort knotenfrei, unverhüttelt, bestenfalls mal mit so einer kleinen Direkteinsatzbereit. Und das geht wirklich in Sekundenschnelle. Und man kann das auch relativ schnell wieder aufwickeln. So, und dazu muss man jetzt ein kleines bisschen rauszoomen, sonst bin ich da dauernd aus dem Bild. Nämlich, ich mache das immer so, dass ich das Ding hier so in die Hand nehme. Hier unten muss ein kleiner Zipfel rausgucken. So, bei mir sind es immer ungefähr 4-5 Zentimeter. Und jetzt muss man einfach nur diesen hier machen. So, immer eine Handbreite. Das ist immer ein ganz gutes Maß. Und da wickelt man einfach alles auf, bis man noch ungefähr so 80 Zentimeter Schnur, da ist sie, zack, da ist sie zu Ende, überstehen hat. So ganz grob. Das könnte auch persönlich, ist auch nicht schlimm, wenn es weniger oder mehr ist. Es tut eigentlich nicht viel zur Sache. Ich möchte es nur halt, dass es schön ordentlich aussieht. So, und jetzt geht man hin, nimmt hier das lange Ende, was man an Schnur übrig hat, fixiert das quasi mit dem Daumen an seinem Schnurbündel. Das ist wirklich idiotensicher. Und hält das jetzt schön fest. So, jetzt hat man das hier so abstehen. Und jetzt muss man das nur noch um das abstehende Dingens hier drum wickeln. So, und jetzt wickeln wir das ganz vorsichtig, damit es auch jeder sieht, einfach so auf. Und jetzt machen wir das ein bisschen schneller, weil es jetzt jeder gesehen hat. Knäck, 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 knäck. Und irgendwann haben wir dann zu Ende aufgewickelt. Und jetzt stellen wir fest, hier ist aber noch relativ viel Schnur übrig. Dann kann man das einfach noch ein kleines bisschen hochschieben. Und ein kleines bisschen zusammenschieben. Und dann ist nicht mehr so viel Schnur übrig. Und dann sieht das Ganze so aus. So, jetzt haben wir hier das dann noch überstehen. Und jetzt haben wir dieses andere Ende, was wir überstehen haben. Das andere Ende, das wickeln wir jetzt in die entgegengesetzte Richtung, wie wir jetzt bisher gewickelt haben. Einmal drum. Ah! Na toll. Und jetzt geht es gleich wieder alles auf hier. Also einmal drum. Und dann kriegen wir auf der Rückseite was, was so aussieht. Und das bietet sich jetzt natürlich an, dass man da dann schlicht und ergreifend einen Knoten macht. Und fertig. Und schon haben wir ein Schnurbündelchen, das wir so gut transportieren können. Wenn wir sicher sein wollen, dass es nicht aufgeht, dann machen wir halt in Gott's Namen noch einen Knoten drauf. Lasse ich jetzt an dieser Stelle sein. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, diese Schnurbündelchen wieder aufbekommen wollen, dann müssen wir hier nur den da los machen. Den suchen, der da unten rauskommt. Das wäre jetzt dieser hier. Kann man sehen. Und wenn wir an dem ziehen. Flup! 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 Und schon haben wir unsere ganze Schnur sofort zur Verfügung, um damit was auch immer zu tun. Und es gibt garantiert eben keine Knoten, es kann sich nichts verheddern und es geht halt wirklich richtig, richtig, richtig schnell und sofort hat man seine Schnur verfügbar. Ich persönlich habe in meinem Zelt, Tarp, was auch immer, Aufbauset dann immer so vier, fünf, sechs von diesen kleinen Schnurbündelchen drin. Eigentlich braucht man maximal vier, aber ich habe gerne noch zwei zur Reserve, falls mir irgendwas anderes einfällt, was ich mit Schnur machen möchte. Und die kann man dann schön auseinander rupfen und schon hat man die Schnur griffbereit. Und so, das ist die eine Sache, die wichtig ist, die man mit Schnur machen kann. Die zweite Sache, die meiner Meinung nach wirklich unglaublich wichtig ist, ist ein Spannknoten zum vernünftigen Abspannen von einem Tarp, einem Baumarkt, Plane, Zelt, was auch immer. Den brauche ich wirklich mit Abstand, der häufigste Knoten, Spezialknoten, den ich so brauche, auch wenn ich jetzt inzwischen andere kann. Lange Zeit konnte ich nur den und ich bin mit dem eigentlich für die aller, aller, allermeisten Anwendungen sehr gut zurechtgekommen. Und zwar funktioniert der folgendermaßen und der hat verschiedene Namen, unter anderem heißt er auch halt eben Top Segel Short Steak. Wie heißt er denn auf Englisch? Wusste ich mal. Na egal. Jedenfalls machen wir eine Schlaufe. So, also wir legen, wir legen eine Schlinge und wir legen die Schnur oben über das Seil, das wir festhalten. So, wir lassen uns ungefähr, na so 8 cm dürfen es schon sein, Schnur hier übrig. So, und jetzt führen wir unser übriges Schnurende durch unsere Schlaufe und gucken, dass das hier schön eng anliegt. Dann kriegen wir hier sowas. Kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Nochmal durch unsere Schlaufe und führen das da durch und gucken, dass das hier schön anliegt. Und kriegen jetzt quasi insgesamt dreimal Schnur um das Tragseil gewickelt. Sieht jetzt zumindest so aus. Jetzt müssen wir mit dem, was hier noch absteht, unterhalb von unserem dreimal Schnur, unter unser Tragseil durch. Kann man hier, glaube ich, erkennen. Und führen das jetzt durch die neu entstandene Schlaufe. Und jetzt müssen wir das ein bisschen dazu friemeln, dass wir jetzt quasi diesen Knoten unterhalb von den vielen Knoten dahin kriegen. Das ist ein kleines bisschen Friemelerei. Und so würde es jetzt schon reichen. Und das, wenn er so aussieht, dann ist es der Top-Segel-Shortstick in der einfachsten Form. Man kann den auch schöner machen, das will ich euch aber gar nicht zeigen. Das könnt ihr euch woanders angucken. Und jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen feste ziehen. Überall einfach mal ein bisschen dran zerren. So, und was Schöne ist jetzt, halten wir die Schlaufe fest. Hier. Dann können wir unseren Knoten rauf und runter bewegen. Und rauf und runter. Und wir können unsere Schlinge ganz, ganz groß machen. Zack. Oder wir können unsere Schlinge, zack, ganz, ganz klein machen. Und das ist halt eben das Schöne an diesem Ding. Das ist einfach ein Spannknoten, weil, wenn wir jetzt das hier um den Stock legen, und jetzt machen wir die Schlinge größer, dann wird unser Gesamtseil kürzer. Das heißt, wir kriegen da Spannung drauf. Und damit lässt sich also ein Tarp oder ähnliches halt wirklich prima abspannen. Man zieht das Ding hier dran staff, da kann man ruhig mit Kraft ziehen. Dann kann man hier eben entsprechend nachstellen, den Knoten, und probiert das einfach mal aus. Da bin ich sicher, das kapiert jeder, sobald er das irgendwie mal als Tarp-Spannknoten verwendet. Kann man auch für eine Hängematte nehmen oder sonst wie. Also das ist der, der universelle Knoten, den man wirklich Outdoor, meiner Meinung nach, am meisten braucht. Also lässt sich nur bewegen, indem man den Knoten selbst verschiebt. Und so bleibt es halt stabil. Also, da kannst du, da bewegt sich dann garantiert nicht. Also wenn da Spannung auf der Schlaufe drauf ist, bewegt sich dann nichts. Das möchte ich nochmal betont haben. Also, das hat jetzt hoffentlich jeder verstanden. Und das war jetzt das kleine Minimum an Knoten, das man, wie ich finde, für den Wald können sollte. Video und Tschüss.